Hallo Backi! Alles gut? Wunderbar, klasse! Ja, 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 ich will jedenfalls sehen. Ja, alles klar. Schönen Dank Hans-Jürgen, schönen Dank, schönen Dank. Alles gut? Bei dir auch? Ja, doch. Luge, Sonny, alles in Ordnung. Herr Luglach, es sieht gut aus mit der Maske. Alles gut? Sauber! So will ich dich hören! Ja, endlich sieht's mal gut aus! Timmy, ja, ha, 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 ha! Timmy, alles, bleib schön gesund, Jung! Na klar, Uff! Sauber! So will ich das hören, die Jungs! Alle am Ball hier! Ja, läuft alles, alles gut! Ja, die Jungs, die gehen jetzt zum Training, sind sie in der Arena gewesen. Also, sie sind alle sehr freundlich und so finde ich das klasse. So will ich das sehen und nichts anderes. Ja, hier ist es richtig! Hier haben wir den Vermumpen! Jetzt haben wir noch einen Vermumpen hier! Ja, ha, 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 ha! Alles gut! Wunderbar! So, ich mach jetzt Schluss und vielleicht krieg ich auch noch eine Wege rauf. Alle sind sehr freundlich und sind wieder, man kann das schon ansehen, die sind Fußballgeil und nichts anderes. Peter wünscht euch noch einen schönen Tag, einen schönen Frühlingstag hier, der Montag. Ich hab mich gefreut, dass sie sich alle sich mit mir auch ein bisschen beschäftigt haben. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi!